So, im Vergleich haben wir hier jeweils ein Meter grüne Visco, oben drei Millimeter, unten zwei Millimeter, die wir jetzt gleichzeitig zünden, um die Abbrandgeschwindigkeit festzustellen. So, im Vergleich zum nächsten Mal. So, im Vergleich zum nächsten Mal. So, im Vergleich zum nächsten Mal. So, im Vergleich zum nächsten Mal.